Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, alle äußerste Vorsicht Wir verlassen hier das Fahrzeug Rumpfüber übernehmen ihre Rumpf Alle Waffen prüfen Schuss Schuss Super Niemand von hoch Wo kommen die Befüße? Linksberg Person tot Schuss Wir bewegen uns jetzt im Berg hoch zu den Häusern Sie sterben Meine Gruppe liegt im Berg und geradeaus sicher Verstaunen John Status Wir sind jetzt im zweiten Haus Entschuldet Ja, rechts An der Mauer Granate, Deckung Verwundete Verwundete Ja Willi Wir brauchen keinen Wir brauchen keinen Willi 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 Raus Schrauber Verwundete Nicht Wer hat Ruhe weg in diese Kriegsgebiete Verwundete 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 Hattrick aufschließen, Ego Verwundete 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 B Verwundete Wer hat er mit nach einem Gästen Glocke Verwundete Berg, aus dem Berg, in die Seite, eine Person Ja In der Berg, in die Seite Ja, wir sehen, ungefähr bei 3-0-0 Patrick, Igor, hau's sichern, von Rolldeckung Wir gehen zu zweit weiter und kriegen das letzte Haus Ja, wir werden umlaufen am linken Berg, wir suchen uns ein Haus mit Deckung Sicher, unten Oben gesichert In's Haus, Willi, in's Haus Hier rein, hier rein Person ausgeschertet Da Kontakt Nein, der Hemmung Team 2 ist wie weissen Wie ist eure Position? Wird markiert Ich blute Wo? Nicht Nicht bluten Alles gut Ich blute aber nicht Ich blute Willi blutet, er hat geschoss Ah, komm, er ruft Ecke Genau Hinter dir, hinter dir Ich bin wieder am Kopf Team 2 ist Position markiert Ja, wir sehen, ihr seid direkt links von uns Wo bist du? Nicht bewegen Kurva Vor deinem Haus Wo bin ich verletzt? Ich setze dir Kochsatzlösung an, ich habe das Blut verloren Das du mir nicht rumkippst Dass du mir nicht rumkippst Und wo ist der Beschuss? Wenn du nicht schießt So Drei Stück K.I.A. Wir haben auch kein Zwei Stück Team 1 Status Team 1 Team 1 Ja, alles gut Alles gut Wir stehen unter Beschuss Verstanden Wir gehen jetzt auf der östlichen Seite des Berges Tages runter und gehen dann von der östlichen Seite in die Stadt rein Verstanden Wie siehts mit Jerry aus? Ok, jajaj Ich rücke langsam vor Ich rücke langsam vor Team 2 rückt langsam Richtung Norden vor Ja, verstanden Kontakt Hubschrauber 30 oder so Unter Verbündeter Heli oder? Ich denke schon Blickkontakt von Helikopter markiert Kontakt Zivilist Auf 3-0 Linker Seite Zwischengang zwischen zwei Häuser und Mauer Eine Person tot Wir liegen zur EU aufschließen Weiß jemand, ob es eine Tasten gibt? Spezifische Dings gibt, dass sich die Tasten umstellen? Jetzt auch nicht Wenn ich B drücke, gehe ich rückwärts Wurde beschossen Ich wurde beschossen Nein Auf Strasse Auf Strasse Ich muss mich verbinden Drauf aus dem Haus, wieder in die Garten Wieder in den Vorgarten Auf Strasse Hat mich getroffen Ein Arm Zu Koppeljamm Auf Strasse Auf Strasse Auf Strasse Auf Strasse U-Kernhöhe Nordöster In der Stadt In der Stadt Sehen wir jetzt von unserer Position Keine bewegen Bedeutung Ich möchte den Wann zu werfen Ab so euch C34 Reinen ins Haus Kontakt, C-34 Obergeschoss, Willi Willi, Obergeschoss, zack, zack Wir sind versichert Kontakt, wiederhole, Kontakt, C-34 Ja, verstanden Frage, verfügen wir aber irgendwelche Mittel, um ihn zu bekämpfen? Da Positiv, Igor hat eine, auf Räume Ich habe gefunden, Raketenwerfer Echt jetzt? Ja, habe ich von vorhin aufgenommen Negativ, komm nicht Ich bin wieder unten Bin wieder unten, außerhalb vom Haus In Richtung 3 1, 0 An Mauer Hey, ich sehe dich mit Norbertstraße Igor, kannst du mir mal sagen, wie dein Nachtsichtgerät heißt? Weitwinkel, Nachtsichtgerät, Weitwinkel Ja, Panzer, komm Ja, oder? Ich höre den Panzer Ja Igor, hinter dir, hinter dir Sie direkt an der Kreuzung Das backt rum Es dreht sich immer mal wieder Versuch abzuhauen Ego, kannst du schießen? Jetzt Panzer, bewegen sich wieder ausseiten Da lädt das immer irgendwie neu Fahrt, da wird wieder Stadt innerwärts Ich darf mich da nicht bewegen Vorsicht, Igor kommt wieder auf die Kreuze zu Ok, ich habe geradeaus geschlagen Ja, das muss ich sagen, ich kann das bestimmen Ja, das muss ich damit direkter sein Ja, es muss ich dem nicht verstehen Da Da! Ich bin hier! Igor, in der Luft, deiner! Igor! Igor ist getroffen, da ist einer bei Igor! Nein! Der liegt direkt bei Igor! Ah, jetzt lauf ich aber aus! Mein lieber Schahid hat mich damals getroffen. Habt ihr mich zusammenblicken können? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir gehen auf die Straße. Ich bin hier! 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 Ich bin hier!